hallo und herzlich willkommen zurück zu lost planet 3 mit eurem kleinen kumpel heute machen wir mal die hauptmission untersuchen sie die funktion station ich weiß ich habe ich jetzt zwei parts hinausgezögert bevor ich diese mission mal anfange aber wir haben noch gut denken verdient leider hat es nicht ganz gereicht für die eine waffe noch ich haben wollte ja dann müssen wir die dann beim nächsten mal kaufen und es stiefeln mir zielgerichtet auf unsere nächste mission zu so much don't know why von blackbirds haben wir jetzt im radio liegen schade dass ich auch noch nicht herausgefunden habe ob man hier auch seine eigene musik einspielen kann wäre natürlich toll wenn aber ich habe es bisher noch nicht herausgefunden falls ihr es herausgefunden habt oder was wisst könnt ihr euch mal unten reinschreiben ansonsten müssen wir uns mit der standard musik zufrieden geben und hoffen dass die gemma nichts sagt ist ja immer so das problem gemma ja ja deutschland des gemma's bestes so schnelleren haben wir leider in diesem roboter auch noch nicht was ich deprimierend finde sowas wie düsenantrieb oder so und auf geht die tür und kampfmech haben auch keine besätze aber ich glaube die werden wir auch hier in diesem spiel vergeblich suchen wir werden wohl mit unserem großen mech hier uns zufrieden geben aber halt immer schön alter das steht schon seit ewigkeiten hier draußen der armen und der hoch baileys crossing mal gucken was uns hier erwartet gute spieler sollen versuch agret granaten ins mold zu werfen um sehr viel schaden anzurichten okay ich bin auch kein guter spieler über den job block kannst du immer was auch immer abwärts okay das ist ja schon mal da ist eine pumpe beim trainstoff depot die komplett eingefroren ist ungefähr auf dem weg zu schettelton's peak wenn sie sich beeilen können sie anhalten und sie mit ihrem mech vom eis befreien sie können das sogar als dauerauftrag betrachten immer wenn sie eine zugefrorene pumpe sehen machen sie sie frei und stellen sie mir später die rechnung okay okay dann wollen wir mal naja das war doch schon mal gut dass ich hier nach dem her jetzt nach dem her guck einer an was hier ist sind ganz viele hier ich glaub die wäre schon alle mit der handzirrt die machen mein mech kaputt hier die machen mein mech kaputt ihr bösen ist jetzt die frage lädt sich das eigentlich wieder auf meine energie oder ich drücke jetzt weiter im mausrad schön mal ein bisschen frei machen hier alles na komm okay und jetzt hier ran was muss ich jetzt machen greifen und f um den greifer um zu drehen also standardmäßig ach so wieder drücken ankurbeln sozusagen nicht das ding ist kaputt schockiert so nach dem getreutem motto ah ja dahin okay wenn wir sagen dann mal raus und mal gucken was ist das gleiche raus was uns gleich hier draußen so erwartet ich denke mal wir werden wohl nicht lange hier bleiben können ohne dass wir angegriffen werden mit irgendwelchen angreiten ah ich sag's doch so ran da sind sie doch so komm her hier runter ah gefress hast du gefressen hat er gefressen hat's gefressen vollfressen gefressen und dann zunächst direkt ja so mag ich euch am liebsten oh komm her komm zu Baba so hat er jetzt nicht gedacht mit zum Baba komm so muss ich gleich mal noch eine holen komm her ne nicht in dem Echt steigen auf der anderen Seite raus wo bist du ach Ach Sag bloß, du bist jetzt an Nein, bist du doch nicht Nein, vorbei ist auch knapp daneben Oh Komm, friss das Ding Ah, ist nicht gefressen Freizeit Okay, sagen dann doch mal Lieber in den... Wo ist denn das 14? Komm her Ne, ich will nicht in den Mech steigen, ich will Spind öffnen Und nachladen Nehmen wir mal hier eine andere Waffe Granate für dich Wo sind das andere Vieh jetzt hin? Ach, da oben hast du dich versteckt Ah, kommt her, so Papa Komm her Hier macht mir mein Mech nicht kaputt Wo bist du? Boah, Alter Ah, bist du bret? Ja Okay Ah, komm her Ja, ich würde sagen Alles Ach nee Alles nachladen Guck mal Ja, alles nachladen Und alle So, jetzt gehe ich aber doch mal in mein Mech rein Mit der Hoffnung, mal ein bisschen schützen zu können Ja Ja, komm her Ah, ja Komm her Alter, der wird doch ganz schön bombardiert Mein Mech Nicht vorwärts Aber zumindest lädt er sich schon mal auf So, und jetzt sind wir raus hier Um mein Mech ein bisschen zu schützen Hier Ah, komm her Hier runter Wo ist noch einer da oben? Ah Da muss ein Nest sein hier Da kommen wir immer mehr Ich glaube, hier kann ich mich kaputt schießen Die werden immer mehr Das wird eine Wendung mit denen Hey Kann ich eigentlich hier hochkrabbeln? Das wäre doch mal ein bisschen vom Vorteil, wenn es ginge Natürlich mal wieder nicht der Fall ist Hallo Hop, 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 hop Ach Ach, da ist noch einer Komm her Muss mich abhauen Wieso kann ich denn nicht hier hochkrabbeln? Das ist doch Schon wieder richtig Deprimierend Guck mal, ob ich außenrum irgendwo hochkomme An dieser Geschichte Ah, guck mal, hier klappt es doch schon Oh Guck mal, jetzt bin ich auch was Mitnehmen können Ein Textlog Ah Kann ich mich los hier Kann ich mal nicht hoch oder was? Textlog Textlog Ach, wummelein Äh Warum komme ich jetzt nicht hier hoch? Das ist auch wieder deprimierend Tja, dann halt Nicht, ne? Dann bringen wir halt mal so die Pumpe im Gang So komisch, dass ich jetzt nicht da hochkomme, aber Sollte wir auch seine technischen Gründe haben Vielleicht soll ich jetzt noch nicht dort hoch So Ab in den Mech Wenn die Mission Sende begehen Alles Gut Und die Pumpe läuft 2500 Gut geschrieben Und jetzt reicht es mir mit dir Aber jetzt ist es echt langsam hier oben Komm her Jetzt habe ich aber langsam die Faxen dicke mit dir Und ab Sobald ich im Mech bin Na, da ist auch das hier auf Ist klar Und wenn ich weg vom Mech bin, na? Dann versteckst du dich wieder Na, komm her Ja, ach so Falsch, ich hab mir abgedrückt Tja Die Pumpe läuft erst mal Jetzt muss ich mal gucken Ob ich jetzt vielleicht da hochkomme oder nicht Um diesen einen Nervigen da drüben Noch loszuwerden Wo ist er denn? Na, kommt der Baba Ist dieser so wischt? Ja Okay, ich komm dort nicht Immer noch nicht hoch Dann lassen wir es halt auch einfach So Ist ja richtig Schlimm hier Willst du bloß mal hier vorbeilaufen Denken wir mal Da müssen wir in einer anderen Mission nochmal hin So in der Art Aber ansonsten Die Pumpen lau Jetzt erst mal alle soweit Wie ich sehe Ja Dann mal weiter im Geschehen Wollen wir Missionsziel Beziehungsweise das eine Textlog Können wir nochmal angucken Was wir jetzt hatten Zwei neue Textlogs Hab ich ja Das sag ich keinem Die denken sonst Ich habe das Fieber Aber ich habe da draußen jemanden gesehen Sah wie eine Frau aus Vielleicht war das nur das Was ich sehen wollte Hab mich Hab mich zu meiner Flinte umgedreht Und da war sie weg Oh Mann Nur noch zwei Zyklen Dann ist die Zahl Tag Und ich muss durchhalten Okay Was hier am schlimmsten ist Schnupfen Im Handumdrehen Hat man zwei Eiszapfen im Gesicht hängen Hat man doch schon mal irgendwie Glaub ich Achso halt Ich wollte ja Die Mission noch Eintückeln Mission Die Gut Die Pumpen laufen Soweit Keine eingefroren Das ist gut Muss ich überhaupt jetzt hier lang Oder Ich laufe gerade rum Okay Ich muss nicht da lang Aber jetzt Nee Wo muss ich jetzt hin eigentlich Da hin Ich laufe komplett verkehrt So wie es aussieht Hä Will ich das Ding jetzt rollen Oder was Da lang Ach da hoch soll ich Ach da hoch soll ich Ich bin von Da wo gekommen Irgendwas drin Nee Aber können wir trotzdem mal Von draußen gucken Ob hier irgendwas drin ist So ich finde was interessantes So dann wollen wir mal hier rein Tipp tap Tipp Bischofs Wake wird betreten Okay, auf zum Bishop. Nachletzt werden deine Missionen und Granaten aufgefüllt. Ah, toll. Aber Jobloch kannst du immer deine Missionen verfolgen. Cockpit verriegelt, zur eigenen Sicherheit, okay. Das heißt, ich muss jetzt... Sorry, dass ich dich bei der Arbeit störe, aber ich finde, du könntest auch mal den Müll rausbringen. Was? Okay, das war furchtbar. Hey, Schatz. Sechs Monate sind schon rum, unglaublich. Ich sollte mich dran gewöhnt haben, hab ich aber nicht. Vor allem Hank nicht. Ach, das ist Hank. Mein Söhn. Offenbar hast du da das bessere Händchen. Wer hätte das gedacht? Wenn man vom Teufel spricht, muss los, Schatz. Oh. Mein Hank. Gut, das weiß ich zumindest auch, wer Hank ist. Und ich weiß, was dich da drüben schon wieder erwartet. Und ich kann nicht aussteigen, weil... Mein Cockpit verriegelt ist. Was ich natürlich deprimierend finde, weil ich würde es so gerne... dir jetzt dort eine einblasen. Ah. Was haben wir denn hier? Ah ja. Also manchmal ist es sehr interessant, dass du an manchen Stellen rankommst, an manchen nicht, aber okay. Dann mal weiter hier. Im Getümmel. Oh. Oh. Ah, machen wir mal so. Oh, einfach mal. Dagegen. Geht ja nur mal leichter vielleicht. Irgendwann habe ich die Befürchtung, dass wenn wir mit diesem Ausholschlag, ich da ein Stückchen weiterkomme, als wenn ich nur mit diesem Bohrer arbeite. Aber das kann natürlich auch einfach nur täuschen. Oh. Alter, was ist denn das hier? Was war das denn jetzt? Okay. Wollen wir noch, bis die Sicht so ein bisschen frei ist. Was? War das gerade eben. Sie können den Mech verlassen. Schön. Aber nach dem Angriff gerade eben habe ich, bin ich nicht ganz so sicher, ob ich das will. Na komm schon. Haha. Nur kein. Ja, wo bist du? Ja. Ach so. Das zeigt mir an, wenn ich Kuh trinken soll. Ah. Und. Na los, noch eins. Ah. Das ist natürlich auch cool. Haha. Okay. Fällt's mir. So. Maus. Na komm her. Maus. Zwei. Und. Einmal schön den Arsch rasieren. Na komm her. Und. Haha. Schön. Weiter geht's. Na los, komm. Bin ich gerade verbrochen? Gut, dass das vorbei ist. Ja. Und ich habe die Tank einge... Das ist gut mit dem Tank einsammeln. Ich muss das nicht raus und die Tank einsammeln. Aber. Meine Energieanzeige sieht doch eher schlecht als recht aus. Gucken wir mal so einen Tank von draußen an. Äh, so ein Mech meine ich. Na ja. Könnte schlimmer aussehen. Einmal wieder in die Mech einsteigen hier. So. Das nenne ich mal ein nettes Begrüßungskomitee. Okay. Aber ich würde dann mal sagen, nach diesem netten Begrüßungskomitee ist es auch schon mal gut. Und was uns jetzt hier auf diesen Berg noch so erwartet mit unserem Mech, das dann alles leider für euch im nächsten Part. Und ciao, bye-bye, euer kleiner Kumpel. Daaaah. Daaaah. Daaaah.